Hier sind wir in der letzten Reihe von Pilek. Hier sind die ganzen Golf-Shopping-Malls. Wir sind ganz rechts hinten. Und wichtig ist, hier haben wir einen Trend-Outlet-Shop. Da ist ein ganz netter älterer Herr. Und der hat tolle Sachen. Da haben wir schon viel gekauft. Und hier gibt es Polos ab 5 Euro, T-Shirts ab 8, Schals ab 2,50 Euro. Und der ist eigentlich recht günstig.